Wir begrüßen Sie zur virtuellen Gesellenstücksausstellung der Tischler von der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim. Vincent Pielsticker hat einen sehr massiven Esstisch aus Eiche gebaut. In der Mitte des Tisches ist eine herausnehmbare Platte eingearbeitet. Sie ist auf der einen Seite in Holz und auf der anderen Seite in Metall belegt. Darunter befindet sich eine Ablage. In dieser wurde ein verschiebbarer, mit Schwalbenschwanzverbindung angefertigter Kasten und abschließbarer Klappe eingearbeitet. Das Tischgestell hat er bewusst aus vollmassiven Teeträgern anfertigen lassen, um einen Gegensatz zur massiven Eichenplatte zu finden. Die Teeträger spiegeln sich in der Tischplatte in den äußeren Ecken wieder. Alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg wünscht dir dein Lehrerteam Holztechnik. 일 Campbell Ziem 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 Ziem